Boah, minus zwölf Grad hat's hier drin. Hoffen wir mal, dass die Ari gut angezogen ist. Mist, jetzt hab ich ganz vergessen, dir zu sagen, dass der große Wasserrutschentest erst nächste Woche ist. Oh, Mann, jetzt hast du völlig die falschen Klamotten an. Mann, du Arschloch, es fängt ja gut an. Wirklich. Deine Aufgabe heute. Schnitze eine Eiskulptur. Ich hab einen Durst. Du hast zwei Stunden Zeit, um aus diesem Ding einen Mastkrug zu schnitzen. Aus dem ich am Ende dann einen Schluck trinken kann, ohne dass er zerbricht. Ich hasse dich so. Jetzt noch ein bisschen Arbeit vor dir. Zwei Stunden hast du Zeit. Ja, aber so, jetzt ehrlich, nee. Die Zeit läuft ab jetzt. Ach, du mir jetzt drüber ist. Hier. Tick, tack. Geschickter Schachzug, das Umziehen, geht nämlich von ihrer Zeit ab. Ari, was hast du für eine Taktik? Machen. Jetzt male ich mir hier so einen Krug einfach mal auf. Hier kommt der Henkel hin. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt eine ausgefeilte Strategie hätte. Aber ich sag mal so, ich taste mich langsam ran. Jetzt geht's los. Boah, das dauert ja ewig, ey. Ich hab da draußen was gesehen. Warte mal. Schau mal, was die Ari da gefunden hat. Irgendwie muss man jetzt hier so? Ah, nee, warte. So? Ari, pass auf, gell? Das läuft wie geschnittenes Eis. So, meine Damen und Herren und Kunstversteher. Das wird natürlich hier der Henkel. Das wird hier alles noch schön rund. Vielleicht sollte ich erst mal das Loch machen, ne? Ari, ist das eine Sicherheitsposition, die du da gerade einnimmst? Nope. Ist das geil, ey! Hallo! Oh, ist aber plötzlich ganz schön tief geworden, du. Schade, nicht getroffen. Geil, guck da mal! Irgendwo ist der Hacken, das kann nicht so geil laufen. Ich geh mal kurz aufwärmen. So, in die warme Stube, gell? Eine Stunde ist vorbei. Dann schauen wir jetzt mal, wie weit die Ari schon ist. Wie sie da drin steht. Oh, nee! Marc, das wird richtig knapp für dich. Also, man hat erkannt, das ist ein Mastkrug. Nur im Henkel muss sie noch ein bisschen arbeiten. Das hier muss viel runder und noch ein bisschen eleganter werden. Das kommt doch noch! So wie hier. Dann will ich diese kleinen Löcherchen hier drin haben. Ja, das kommt doch noch! Ja, ja, genau. Findest du, dass es gut läuft für dich? Ja! Soll ich daran was ändern? Nein! Mach ruhig weiter, mach ruhig weiter. Mit offenem Feuer an meine Haare. Weißt du, wie viel Haarspray da drin ist? Der spinnt, ey! Schön den Griff anflattiert. Gut, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keine Angst. Okay. Das Ding sieht mega aus, Leute. Mega. Aber mit der Statik, das wird, glaube ich, ein bisschen haarig. 40 Minuten noch übrig und dann das. Den Sieg hole ich mir jetzt mal ab. Und dann wandert meine Hand an den Griff. Mama glaubt an dich. Und dann hebe ich ihn hoch. Nee! Nein! Wie kann das denn sein? Keine Führerwärter! Ari! Oh nein! Ich hab gewonnen! Nein, hast du nicht! Ja, klar! Nein, nein, ich hab noch eine halbe Stunde. Ich mach jetzt noch einen. Nee! Erste, noch eine halbe Stunde! Okay, 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 so sind die Regeln. Sie hat noch eine halbe Stunde, aber das schafft sie nie. Oh Gott! Halte die Schnauze! Eine Stunde! Jetzt auch das noch! Ist die Kette wahrscheinlich vereist, Ari? Ach, die Schnauze. Gleich vereiße ich dich. Gleich das meine Schnauze. Jetzt den Mund! Party is jumping! Scheiße, 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 Scheiße! Plötzlich beginnt mir der Tag doch noch Spaß zu machen. Gehen wir mal auf den Weg! Haha! Bist du dir sicher, dass du damit umgehen kannst? Nein! Ah! Das wäre wie beim Zahnarzt! Das wäre schrecklich! Warum, ey! Oh meinst du hier! Hallo! Nein! Weg, Mann! Marc, ey! Nein! Auf mit der Scheiße hier! Letzte fünf Minuten. Fünf Minuten zu meinem Sieg! Das schaffst du jetzt. Hilft dir alles nichts. Ich mach das Ding jetzt. So gut es geht, fertig. Bis zur letzten Sekunde. Ja, da muss noch einiges weg. Du hast 45 Sekunden noch. Ja. Ist ja nur noch ein Ring. Geh weg! 20! Weg, 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 weg! Da ist er, da ist er! Da ist er! Es sieht aus wie ein Maskrug. Der hat alles, was er braucht. Jetzt kann ich nur hoffen, dass wieder irgendwie was zu instabil ist. Schnell! Schnell, 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 schnell! Mach das Bier rein! Guck hier, passt sogar bestimmt. Hoffentlich bestimmt. Gleich bestimmt. Scheiße, scheiße, scheiße. Harry, das passt nicht rein. Doch, doch, warte. Komm, komm, komm. Das ist ein Wilder. Das wäre aber eine Millimeter. Scheiße. Jetzt tränk, 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 tränk. Bevor ihr irgendwas schmilzt. Hoch! Und runter! Okay. Das ist zu schwer. Das hält der nicht. Das hält der nicht. Und ich so nur, bitte brich, 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 brich! Jetzt will er auch mal rein, jetzt hör auf damit! Oh, nein! Der ist blöd. Oh, guck mal, wie kühl. Jeden Donnerstag, 15 Uhr kommt auf unserem Da schaffst du nie Kanal ein neues Video. Da könnt ihr hier mal gleich ein Abo lassen. Und hier war mir sehr warm im Gegensatz zu heute. Da hatte ich mich 100 Schichten an, war sehr witzig. Und wenn ihr Hunger habt, dann könnt ihr mal hier raufklicken. Koch mal! Da war ich übrigens auch voll mit Ariane Alter heute. Meine Güte! Prost und Topf ist geil! Mega geil!